Ein Vorschlag... Ja. Kannst du... Weisst du was, kippt es mal auf die Seite. Kannst du es auf die Seite kippen, so? Ja. Ich glaube, vom Klang her wäre das fantastisch. Weisst du warum? Ja, weil du hörst quasi die Umgebung mit. Ja. Ja. Ich höre dann das Glas, das wäre jetzt... Ja, fantastisch. Zehnmal besser. Du kannst da immer noch... Ja. Ja. Das ist es. Ja. Du hörst dann quasi wie... Schön. Das ist gut so, super. Du brauchst. Du hörst dann absolut nicht. Du bist dieum publicistisch. Du停 they приготов. ע